Moin ihr Lieben, ich bin Katharina. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit diesen Sachen meine Woche gestalten. Und zwar so ein bisschen nach dem Motto Winter Wonderland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So sieht meine Woche jetzt aus. Schön im Stil oder im Motto Winter Wonderland sozusagen. Ein paar Wochen-To-Dos wieder eingetragen. Meine Videos. Und ja, die Wochen-To-Dos habe ich diesmal anders gemacht, da der Stempel irgendwie nicht so gut war letzte Woche. Und dementsprechend heute mal mit einem Sticker, den ich leider halbieren musste, wegen Platz. Ich finde die super, super schön gelungen und toll geworden. Alles sehr stimmig und schön und blau. Und ja, hoffe es gefällt euch. Dann sehen wir uns sehr, sehr gerne auch nächste Woche wieder zur nächsten Woche. Da wollte ich etwas Spezielleres machen und zwar in meinem anderen Kalender ein bisschen mit euch planen. Weil hier dekoriere ich mir und da kommen mehr größere Sachen rein und dem anderen plane ich genauer. Bis zum nächsten Mal.